Und du, du bist... Ich heiße Wilfried Kaspar, Papi. 14? 15! Ich möchte, für, für Philosophie studieren. Philosophie! Ein besonders frühreifes Kind. Ich habe Schubsenharmonie zugeliehen. Das ist ein Irrtum. Du bist doch in einem Sanatorium. Nicht in einem Ehrenhaus. Deine Nerven liegen einfach blank. Das ist alles. Bild euren Papi etwas vor, Bubis. Jawohl, Bubi. Sie geben dir noch letzte Chance. Wir reden dann, wenn du heinkommst. Du hast mir immer noch keine Antwort gegeben. Ich kann jetzt gehen. Ich bin müde. Die wollen dich rausrühren. Ich spüre sowieso nicht gerne. Du hast keine Ahnung. Dann erzähl mir. Sam? Wieso bist du so angehört? Nur wenn du keine Schlagzeuge bekommst, musst du nicht reinschlagen. Ja, ich rufe deinen Vater an. Wehe! Hoi, Chris. Hör auf, Sam! Was hat es dir eigentlich noch? Bist du dir total über den Schnappt? Du hörst es immer noch nicht. Die lachen dich aus. Mich? Wege deinem Job. Eine Fülle-Putzerin. Der Sam. Ah. Hoi, Sam. Hoi. Und? Hast du meine Rechte mitgebracht? Keine Angst, ich schaue schon, dass es sie nicht begiftet. Darf ich es ruhig mal in die Hand nehmen? Ich schaue schon, dass es sie nicht begiftet. Okay, ich schaue fucking Something. Das fucking Höhe! Bottas, ich schaue dich! Bottas, du hast, du hast. Bottas Gerade Das fucking king heus. Vielen Dank.